Norddeutschland Stammt Stammt Yyyy, was ist das los? Es ist ein Lüge Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist das Bungie-Seil von Philipp, da kannst du ziehen wie du willst, das reißt nicht. Vorher brechen die Karabiner, wir haben heute schon zwei Karabiner geschrottet. Ja, eigentlich ja. Hier oben. Das ist das Bungie-Seil von Philipp, da ist das Bungie-Seil von Philipp. Ja, stell dich mal, Malu stell dich doch mal in den Reifen, in den Löcher und zieh mit der Winde. Ja, das ist das Bungie-Seil von Philipp, da ist es. Ja, das ist das Bungie-Seil von Philipp. Bitte. Ja, das ist das Bungie-Seil von Philipp. Ja Ich dachte mit zwei Leuten, oder was ich da kommt? Dann hoffen wir mal, dass der Knoten bei dem neuen Saal noch gut ist. Bei dem Saal? Oder von der Winde, dass hier alles stramm ist oder nichts reißt. Neu? Ja, das heißt ja nicht, dass das gut ist. Wir hoffen, dass die richtig verplomben sind, die Drahtseide. Dass die plomben richtig gut ist bei denen. Warte mal! Warte mal, Ramon! Warte mal... Warte mal, das war man! Warte mal! Hih... Warte mal! Malte, ich habe nur 4% Akku. Manu! Manu, du kannst doch die Sperre lösen, oder nicht? Nein. Hat Ramon auch gerade gemacht. Schnell, ich habe nur 3% Akku. Gott, ich habe nur 3% Akku. Ach, ich habe nur 3% Akku. Nein, ich habe nur 3% Akku. Gott, ich habe nur 3% Akku. Bis zum nächsten Mal.